Frankreich hat gewählt, die Linke, sie hat gewonnen und die Linke hat ganz Frankreich in Brand gesteckt. Man könnte auch sagen, die Franzosen haben das Kalifat gewählt, wenn man sich weit aus dem Fenster lehnt. Sie wollen jetzt Arabisch als Amtssprache in Frankreich einführen. Richtig gehört und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Was für eine Sensation. Die Linken haben diese Wahl haushoch gewonnen und einen Deutschlandhasser an der Spitze der Linken, Mélenchon. Er ist es, der die Linken hier zum Sieg geführt hat. Sie zünden, obwohl sie gewonnen haben, in jeder Stadt in Frankreich Proteste an, sie zünden Barrikaden an, sie randalieren gegen die Polizei und ich habe mehrere Minuten heißes Videomaterial. Wenn du das unbedingt sehen willst, musst du in meinen Telegram-Kanal kommen. Ich darf dir das hier nicht zeigen. YouTube hat dann wieder was dagegen. Aber wer ist dieser Mélenchon, der hier eigentlich gewonnen hat? Es ist ein alter Bekannter. Er ist schon 72. Er hat schon gegen Merkel hergezogen. Er möchte vor allem als erste Amtshandlung das Rentenpaket von Emmanuel Macron in die Sain werfen, wenn ihr so wollt. Aber er möchte nicht nur das Rentenpaket in die Sain werfen, sondern er möchte auch noch das Renteneintrittsalter auf 60 nach vorne ziehen. Die Franzosen mit dem linken Sozialisten wollen noch weniger arbeiten. Er ist nur dafür bekannt, Geld auszugeben, Geld auszugeben, Geld auszugeben. Die Militärhilfe für die Ukraine, die möchte er unterbinden und er hat mal zu Frau Merkel gesagt, Maul zu, hat er wirklich so gesagt. Er hat auch ein Buch geschrieben, der Bismarck-Hering, das deutsche Gift 2015, in denen er mit Klischees wie FKK, Honigstulle und Tannenwaldspaziergang die Deutschen richtig in den Kakao gezogen hat. Auf einer Demo gegen die Griechenland-Rettung in den Euro-Rettungsprogrammen hat er mal gesagt, Frau Merkel in den Müll. Sind alles Zitate desjenigen, der jetzt in Frankreich die Wahl gewonnen hat. Er sagt auch, niemand will Deutscher sein. Die Deutschen, das ist ein Modell für Menschen, die sich nicht für das Leben interessieren, hat er 2013 gesagt. Niemand will Deutscher sein. Sie sind ärmer als der Durchschnitt. Sie sterben früher als die anderen und sie haben keine Kinder. Seht ihr mal, was die Franzosen wissen, was bei uns wir auch wissen, aber es quasi verpönt ist zu sagen, wir sind ärmer, sagen wir immer. Wir sterben früher als die anderen, ja, weil wir vermutlich auch länger arbeiten als die anderen und wir haben keine Kinder. Ja, das stimmt, aber Frankreich, die Kinder bei den Franzosen, das ist auch nicht so, wie das hier dargestellt wird. Es brennt überall in Frankreich. Es wurden Polizisten mit Molotow-Cocktails angegriffen. Der eine ist auch auf den Polizisten kaputt gegangen. Krasse Bilder. Den Platz der Republik, guckt ihn euch mal an. So sieht er normalerweise aus und das haben sie daraus gemacht. Wie kann man, wenn man die Wahl gewinnt, einfach randalierend und brandschatzend durch die Straßen ziehen? Keine Ahnung. Aber sie haben vor allem gewonnen mit den Stimmen aus der islamischen Community. Das hat er gestern Abend wirklich gesagt, der Franzose. Und deswegen möchte er Arabisch als offizielle Fremdsprache in Frankreich einführen als Reaktion auf dieses Wahlergebnis. Das haben sie davon in Frankreich. Sie haben jahrzehntelang die Migration ungesteuert zugelassen und jetzt kommt es, dass die Migration mit entscheidend ist bei der Wahl. Ich bin gespannt, ob am Ende Frankreich damit glücklich ist, dass weiter unkontrollierte Massenmigration in Frankreich stattfindet. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie das Burka-Verbot aufheben werden, die Linken. Und vor allem wollen sie Schulden machen natürlich zu Lasten von Deutschland. Sie hassen uns außerdem und zwar er hasst uns wirklich. Dass viele Franzosen die Deutschen nicht leiden können, das mag ja mal dahingestellt sein. Aber wenn man hier innenpolitisch Wahlkampf macht, indem man gegen das Ausland herzieht, das ist eine schwierige Nummer. Aber wenn ihr mal zurückdenkt in der Geschichte, die deutsche Wehrmacht, sie hat mal Paris eingenommen. Lange her und damals hat man bei der Einnahme in Paris überall die heute verbotene Hakenkreuzfahne gezeigt. Wenn ich mir heute anschaue, wie die Linken in Paris gewonnen haben, da waren vereinzelte Frankreich-Fahnen. Ansonsten Fahnen von Gaza, Syrien, ganz vielen verfassungsfeindlichen Organisationen. Und da sieht man mal, vor 80 Jahren hat der Faschismus Paris übernommen. Heute sieht es ähnlich aus. Ich sage nicht, dass der Faschismus jetzt Frankreich übernimmt, denn Emmanuel Macron muss Mélenchon nicht zum Premierminister ernennen, obwohl er die relative Mehrheit im Parlament hat. Ich denke, es wird am Ende auf einen Kompromisskandidaten hinauslaufen. Vor allem ist das Spannende, der Premierminister ist jetzt schon zurückgetreten und damit ist Frankreich jetzt unregierbar geworden. Vielleicht ist das aber auch der Plan gewesen. Ich weiß gar nicht, wenn jetzt Frankreich unregierbar ist, welche Kompetenzen Emmanuel Macron dann ausüben darf, die sonst beim Premierminister liegen. Könnte spannend werden. Eigentlich will hier auch die Linke keinen Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine. Das wollte Frau Le Pen auch nicht. Jetzt ist da keiner mehr, der da was zu sagen hat, sondern nur noch Macron, der diese Idee hatte, aber mit dieser Idee kräftig auf die Schnauze geflogen ist. In Frankreich hat funktioniert, was bei uns noch ansteht, die große Kampagne Alle gegen Rechts. Ob die Franzosen damit gewinnen? Ich sage, nein. Die Franzosen haben sowieso schon verloren und jetzt geht es in großen, großen Schritten bergab. Die ganzen Leute in den Banlieues und die, die in Frankreich auch noch Steuern bezahlen, sie werden mit diesem Ergebnis alles andere als glücklich sein. Aber wir müssen sehr, sehr aufpassen. Das Problem bei diesen ganzen Tendenzen in der Europäischen Union ist ja, dass es jetzt wieder anfängt, dass Nachbarländer Reibungspunkte haben, wo sie aneinander kommen und das ist brandgefährlich. Das hat in Europa schon einmal zur Katastrophe geführt. Wir dürfen uns nicht gegeneinander ausspielen lassen. Das darf nicht passieren. Viktor Orban ist nach Moskau geflogen, ohne Mandat der EU, weil er sagt, ich bin Staatschef einer von 27 in der EU. Ihr, ihr seid das Personal der EU in Brüssel, was von uns Staatschefs gebilligt wird, bevor es gewählt oder ernannt wird. Und er hat vollkommen recht. Niemand in der Europäischen Union hat auch nur ansatzweise die Kronis gezeigt, sich mit Putin an einen Tisch zu setzen. Ja, natürlich ist Orban da voreingenommen, aber jeder ist, was Russland angeht, voreingenommen in die eine oder in die andere Richtung. Er ist auch abhängig mit Energielieferungen aus Russland und er hat vor allem verstanden, dass wir nicht sinnlos ewig weiter Krieg führen können. Hier bei uns, sie wollen ja immer nur erpressen, Putin solle alle Truppen zurückziehen und Orban hat es richtig gesagt. Es muss an einen Tisch Putin, Zelensky und jemand aus den USA. Die sind ja auch Konfliktpartei, bestreitet ja niemand. Und Orban versucht es wenigstens, denn die Leute haben keinen Bock mehr. Und was gehen sie hin? Sie machen sich lächerlich das frisch gewählte Personal der EU und sagen, kein offizieller Besuch, kein Mandat der EU. Es geht nicht darum, ob er ein Mandat hat oder nicht. Viktor Orban bemüht sich auf diplomatischem Wege. Das ist das, was die anderen alle nicht machen. Sie machen Arbeitsverweigerung. Auch Kaya Kalles, jetzt die hohe Vertreterin der EU, also sozusagen die Außenministerin, also Annalenas Kompagnon, sie hasst die Russen, da gibt es keine Dialogbereitschaft. Und das ist das, was es so gefährlich macht. Das hat uns in Europa schon einmal in den Abgrund geführt und sie fangen wieder damit an. Sie spielen uns gegeneinander aus. Diesmal mit einer dritten Partei im Spiel. Es sind diesmal die Muslime. Damals, das ist hochgefährlich und sie verstehen es nicht, ja? Wir sollten uns gegenseitig achten und respektieren. Die Franzosen, natürlich können sie wählen, was sie wollen, aber hört auf, uns Deutsche zu beleidigen. Derjenige, der deutsch sein will, der weiß das. Derjenige, der nicht deutsch sein will, kann ja gerne nach Frankreich gehen und dort sich an der Gesellschaft beteiligen, Leistungen beantragen, brandschatzend über die Straßen rennen oder wie man das so macht, wenn man die Wahl gewonnen hat, halt trotzdem randalieren, weil man dachte, man verliert die Wahl und war schon vorbereitet auf die Nacht. Ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht. Es ist schade für Frankreich, es ist auch schade für Europa, es ist auch schade für uns, denn wir brauchen endlich frischen Wind in der Politik und so funktioniert das nicht. So wird das nicht gehen, wenn man Linksradikale an die Regierung lässt, wenn man diese Linke so hoch hievt. Die Franzosen, sie wollen ja anscheinend weiter die Gewalt, die sexualisierte Gewalt und alle weiteren Folgen, die damit zusammenhängen. Ihr wisst, was ich meine, wenn ich deutlicher werde, habe ich hier wieder Probleme. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Bist du Franzose, kennst du Franzosen, hast du französische Freunde oder Nachbarn oder siehst du das Ganze aus einer etwas weiteren Perspektive? Mein Name ist Maurice, aber ich bin kein Franzose. Damit wisst ihr mal meinen Vornamen und bitte kommentiert mal dieses Video, schick es an Freunde und Bekannte, abonniere den Kanal, abonniere auch Telegram, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Damit ciao, bis bald.